so und damit willkommen zu einem neuen video von linux windows und mac hilfe heute mit dem thema wie kann ich unter ubuntu 23.04 luna lobster genau nicht larry der hummer leute ganz einfach programme installieren oder auch wieder deinstallieren über die grafische benutzer oberfläche ich werde aber auch noch ein kleines video noch machen wie wir das ganze im terminal machen und zwar ist ja so dass sehr sehr viele unter windows das auch immer noch kennen man geht auf eine internetseite lädt sich da irgendwas runter und am ende fragt man sich was haben sich da ich wieder runtergeladen wieder ja es ist richtig unter windows gibt es natürlich auch einen entsprechenden store genauer gesagt eigentlich schon seit windows 8 aber wer hat windows 8 ernsthaft wirklich benutzt wahrscheinlich kaum jemand außer dem die mussten aber mal davon abgesehen ist der store oder hat ubuntu natürlich auch einen eigenen store und das seit sehr sehr langer zeit ich meinte sogar seit ubuntu 9.04 bzw 9.10 würde das ubuntu software center existieren nagelt mich bitte darauf nicht fest davor war es einfach nur programme hinzufügen entfernen eine art synaptic paketverwaltung für arme dabei aber nicht lange da ich aber nicht lange aufhalten möchte gehen wir doch mal direkt in die anbindung rein und zwar hier unter ubuntu software klicken wir hier drauf und zack so sieht das ganze aus richtig richtig cool wir kriegen natürlich auch entsprechende empfehlungen wichtig an der stelle die empfehlung müssen nicht alle open source sein die können einfach auch können einfach freeware sein oder entsprechend dann zum beispiel spotify wenn ich hier drauf klicke dann sehen wir natürlich auch entsprechend hey wie ist es und so weiter und da sehen wir die installations größe und halt eben hier sicher entwickler verifiziert und ihm die lizenz hier ist property beziehungsweise natürlich in dem falle closed source also dann müsst ihr wirklich schon so ein bisschen gucken wenn ihr open source sachen wollt das ist doch oder quell offene sachen meine ich natürlich mit dass ihr wirklich darauf achtet haben wir natürlich hier zum einen unsere empfehlungen das sind so sachen wie inscape mit waden keypass obel studio und so weiter drin viele vieles davon was man hier sieht werden der eine oder andere von euch wahrscheinlich kennen man kann aber auch natürlich ein bisschen runter scrollen und entsprechend haben wir hier die kategorien die sind ja auf englisch keine ahnung war wasser kugel warum eigentlich müssen sie auf deutsch sein aber gut wir haben hier art und design books and referents entwicklung education also ich meine ich meinte schul schul sachen da haben wir die security dann haben wir hier ja personalisiert dann gesundheit und fitness dann entertainment wenn ich nämlich hier auf den punkt entertainment klicke dann seht ihr hier wird das ganze aufgebaut und wir können haben hier verschiedene software was ich hier nicht kann im vergleich zu linux mint und co ich kann nicht nach an wenn nach gezielt anwendungen kategorisieren ich würde mir zum beispiel jetzt hier vor allem richtig richtig gut wünschen dass ich sagen kann hey ich möchte jetzt einfach mal ganz klar sagen dass ich zum beispiel ganz gerne nur mir zum beispiel den vlc media player beziehungsweise das geht jetzt hier in dem fall leider nicht das ist ein bisschen ein bisschen bescheiden sage ich mal aber nun gut eben hier gibt verschiedene sachen wo wir uns entsprechend anschauen können und auch installieren können allerdings muss ich ganz ehrlich sagen wieso hier ein spiel drin ist entzieht sich meiner kenntnis das hat eigentlich eher was im bereich games nämlich hier zu suchen naja da müssen sie noch ein bisschen update würde ich sagen ich tut trotzdem muss installieren und zwar habe ich mich tatsächlich dafür entschieden hier auf foto und video zu klicken ihr seht das ganze wird geladen das braucht immer so seine zeit und entsprechend hier kann ich auch unterscrollen und ich habe mich tatsächlich hier für den vlc media player entschieden wenn wir jetzt hier uns das ganze ansehen können wir hier zum einen natürlich auch die bildchen klicken passiert natürlich leider nichts wir können aber auch uns entsprechende vorschau bilder anzeigen lassen das sind die kleinen vorschau bildchen wir sehen über 2300 beziehungsweise 2033 so rum wir wollen ja korrekt bleiben hier bewertungen sind eingegangen wir sehen hier das ganze ist sicher zum eines der entwickler ist verifiziert der anwendungsentwickler hat seine identität verifizieren lassen und das ganze ist confirm also sicher man sieht eben auch noch welche lizenz dahinter steckt sollten wir fehlende informationen hinzufügen wollen klicken wir einfach hier drauf und entsprechend kann man das ganze dann noch ergänzen lassen das wird natürlich überprüft dann auch und dann geht das ganze dann an das team wenn ich ein bisschen weiter runter scrollen sehe ich auch schon entsprechend hier natürlich auch die die kontakt seite zu den entwicklern genau so sehe ich aber auch die projekt seite wenn ich jetzt hier zum beispiel mich über irgendwas informieren möchte geht das natürlich auch sehr gut ich sehe auch hier entsprechend ohne probleme die entsprechenden bewertungen und so lange her ist es noch nicht nur eben ein bisschen mehr sortieren wäre nicht schlecht erster mal ist doch nicht vor april sondern eigentlich eher danach wie gesagt dann sieht man einfach auch schon die software hat noch so ihre kleinen mädchen sage ich mal dann gehe ich wieder hier ein bisschen nach oben dann haben wir hier verschiedene quellen zum einen natürlich hier snap entsprechend kann ich nämlich auch sagen hey was will ich eigentlich genau für eine version ich kann ihnen nämlich auch sagen ich möchte hier zum beispiel die last edge version also quasi die voll 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 aktuelle ich kann sagen na ich möchte lieber die beta oder ich möchte eben den stable kanal da ich sehr experimentierfreudig bin gehe ich hier auf die version 4 also das ist wirklich hier def 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 und sagt installieren installieren wir das mal bin mal gespannt ob das sich starten lässt bin ich echt gespannt aber ich gehe jetzt einfach mal ehrlich gesagt davon aus dass es geht wir sehen hier das ganze wird installiert wir sehen jetzt nur einen fortschrittsbalken wir sehen aber jetzt nicht hundertprozentig genau was macht er eigentlich jetzt ja das sehen wir jetzt leider aktuell nicht aber das macht ja auch glaube ich nicht solange er keinen größeren fehler ausspuckt so jetzt ist er fast fertig wie wir sehen können und wir haben hier natürlich noch die einstellungen hier entsprechend die wir hier noch vornehmen können daraus starten können wir es leider nicht finde ich ein bisschen schade wir müssen also hier unten auf den anwendungsmanager geben scrollen wir hier rüber und haben hier in vlc media player den starten wir jetzt einfach mal so da das ganze jetzt tatsächlich nicht von erfolg gekrönt war das kann tatsächlich auch mal passieren bin ich hier auf die stable version gegangen und wir schauen jetzt einfach mal ob er die stable version starten will welche drauf gehen wieder hier rüber vlc media player tadaa und er startet den über 3.8.18 äh 3.0.18 so jetzt habe ich es mein gott jetzt will ich aber wieder deinstallieren jetzt bin ich aber hier zum beispiel komplett raus wie mache ich jetzt das eigentlich genaues fast gleiches vorgehen wie vorher wir gehen wieder auf ubuntu software dann können wir natürlich uns wieder hier endlos durchhangeln wir können aber auch auf installiert klicken jetzt wollen wir hier ein bisschen nach unten und finden hier den vlc klicken mal drauf und dann haben wir hier dieses diese ja diesen mülleimer quasi sagen deinstallieren und der vlc media player wird von unserem system entfernt so das war es von diesem video ist ein bisschen länger geworden bin mal auf euer feedback gespannt was ihr so dazu zu sagen habt ich sage auf jeden fall schon mal danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal und tschüss so so